Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Wie immer gibt es heute eine spannende News. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Reminder. Aber erstmal gibt es die News, die wahrscheinlich einige Boxfans erfreuen wird, andere Boxfans weniger erfreuen wird. Und zwar Mike Tyson steigt wieder in den Boxring und wird am 29. Mai gegen Evander Holyfield boxen. Das Ganze wird vermutlich ein Exhibition baut. Das heißt mal wieder so ein Boxkampf wie gegen Roy Jones Jr. Kein offizieller Boxkampf. Wir wissen, offiziell hat Mike Tyson zweimal gegen Evander Holyfield geboxt. Beide Male verloren. Bei einem Kampf gab es dann auch diese ganz ikonische Ohrattacke, über die heute noch gesprochen wird. Da hat Mike Tyson an Evander Holyfields Ohr gebissen. Und ja, also ich denke, Geld wird hier eine große Rolle spielen. Ich denke, das Ganze wird ein riesengroßes Event. Das Ganze wird vermutlich auch wieder riesengroß aufgezogen. Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. war im Mainstream ein voller Erfolg. Das haben so viele Leute geschaut. Die Leute wollen immer noch einen Iron Mike Tyson sehen. Er selber fühlt sich wohl. Er selber sagt, er kann das. Also warum sollte er das auch nicht gleich machen? Dann gibt es noch den kleinen Reminder für Francis Ngannou vs. Deeper Mjotic. UFC 260 läuft Samstag auf Sonntag. Live auf der Zone, den Gratis-Monat, gibt es bei Wheel of MMA in der Instagram-Story. Und im Co-Main-Event sehen wir Tyron Woodley vs. Vicente Lucke. Ein guter Fight. Es geht hier um Tyron Woodleys Karriere. Wir haben ebenfalls Sean O'Malley gegen Thomas Almeida. Auch ein wahnsinnig spannender Kampf, der auch darüber entscheidet, wie es mit Sean O'Malley weitergeht. Wird er der Superstar oder war er einfach nur ein Hype-Train? Das heißt, UFC 260 wird spannend, Mike Tyson vs. Evander Holyfield wird spannend und ich hoffe, ihr habt Spaß am Wochenende. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung über Mike Tyson unten rein. Checkt Wheel of MMA bei Instagram und damit hören wir uns. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.